Peace Leute, war es genau, ich bin Justin und heute machen wir ein Video, die weltallerbesten, die besten Spaghetti Tacos, I.O. Best. Ihr seht ihr schon auf Mandela, das sind Spaghetti Tacos, schauen aus wie Maultaschen, weil, ja, voll gute Spaghetti Tacos. Man muss sie schneiden, dann kriegt man sie besser in die Fresse. Und, ja, wenn ihr noch so ein irgendwelchen Teil wollt, wo zum Beispiel das beste Schnitzel-I.O. Best, wenn ihr den Teil haben wollt, dann 150 Likes. Ciao.